Hier hat der Mantrailer heute die Fährte verloren. Bitte, lieber Gott, mach, dass das jetzt alles nicht wahr ist. Ich verspreche ihn. Ich werde ihr Kind finden. Der Möko ist weg. Wir haben nicht mehr nach ihm gesehen. Sie haben einen Mann in Verdacht, seinen eigenen Sohn verschleppt zu haben. Trotzdem, ich will, dass wir jedem einzelnen Verdacht nachgeben. Ich will jeden einzelnen sein. Sei mal ehrlich, Junge. Tust du das jetzt für dich oder für die Schlitters? Wer von euch glaubt, dass wir den Jungen noch leben finden? Möko ist jetzt seit 22 Tagen nicht nach Hause gekommen. Kann doch nicht wahr sein. Fakt ist nun mal, Sie haben den Jungen nicht gefunden. Es gibt viele Vermisstenfelder, die nie aufgeklärt wurden. Ja, aber nicht bei mir. Wir lösen den Fall. Wir finden den Jungen. Aber das dauert nun mal, bis wir alle Daten ausgewertet haben.